Den haben wir getroffen. Ja, den haben wir getroffen. Guten Tag Elch. Ist der nicht zu warm? Wie bist du denn nicht im hohen Ohr, du Mistvieh? Hallo Elch. Hallo. Hat der vier Ohren? War der? Nee, das sind Hörner. Ich darf hier auf dem Reiten. Ey, guck doch mal. Mistvieh. Lecker, lecker, lecker. Putti, 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 putti. Die haben keine Angst, die Rottviecher, ne? Nein, die Rehe sind eigentlich so ein Kilometer weg. Hast du ihn gar nicht gesehen am Anfang? Nein. Auf dem Hinblick habe ich ihn auch nicht gesehen. Ich bin doch mal hier. Du bist so bescheuert, Junge. Der fällt eigentlich nicht an. Ich warte. Tschüss. Yo. Dann wieder. Untertitelung des ZDF, 2020